Dark Souls 2 Das Geräusch ging mir schon die ganze Zeit auf den Keks Und kein Mimic, sehr schön Rötliches Wasser So, wie bin ich da hochgekommen? So, hier haben wir den Raum der Wächter Genau Hier sind ein paar weitere Räume, die ich entdeckt hab Oh Den Raum kannte ich noch nicht Diesen Raum kannte ich noch nicht Mit anderen Worten, hier sind noch ein paar versteckte Räume Die erkunden wir mal eben Hier ist das Tor, wo die Seele des stolzen Ritters war Sehr schön Ne, hier ist nichts Da ist nichts Dort ist auch nichts Da haben wir den großen Raum mit der Treppe So Hier ist auch wieder eins Geheimfahrt voraus Okay Traurigkeit Mhm Was du nicht sagst So, wie ist der gestorben? Ah ja Ich trau den Frieden hier nicht Hier kann überall Illusion versucht Kontrolle So So, was ist denn da oben? Ein weiterer Pfad Okay Okay Hier oben haben wir nichts Ich trau den Frieden aber trotzdem nicht Okay Die Wände sehen komisch aus Gut Die Kiste öffnet sich nicht Und Was haben wir da drin? Stille Ein Wunder Sehr schön So Da waren wir schon drin Hier ist der Geheimfahrt So Traurigkeit Hm Da ist nichts drin Ernsthaft? Ich fühle mich gerade etwas verarscht Jetzt mal ernsthaft So Da war auch noch ein Geheimfahrt Genau Den Kennen wir ja schon Ich frage mich was da drüben ist So Okay Anders kommen wir nicht drüber Also müssen wir da runter springen Äh Rüberspringen meine ich So Hähp Das war knapp Drei Heimarknochen Okay Illusion voraus Oh Ja Letzt die Illusion Aha Ernsthaft Okay Ich hab definitiv die falsche Wand Angeklop Angelotzt eben So Und jetzt kommt's Wir haben irgendeinen Encounter gerade gestartet Der auf uns zukommt Das hab ich schon so im Gefühl Ich merk das in den Knochen Hä Nachricht lesen Hurra für Zuversicht Ja Nicht schlecht So Seele eines namenlosen Soldaten Okay Ich hör den schon Zauberei Zauberei Wow What the fuck Was war das denn Ernsthaft Ernsthaft So Gut Da geht es glaube ich Weiter Was war das Eben für ein Scheiß Entschuldige bitte die Ausdrucksweise Aber Was war das So Dort scheint es Anscheinend weiter zu gehen Okay Eingang Mit Okay Dort scheint nichts zu sein Gut Fleck Okay Öffnen Hä Ist hier niemand Hallo Gutfleck Und Nochmal Ja War klar Achso Dich kennen wir doch schon What the fuck So Unsere Waffe Gibt auch langsam Den Geist auf Und Gegenstand Voraus Und dann Versuch Angreifen Ah ja So Für den Fall dessen Nee doch nicht Okay Und hier Auch nicht Alles klar So Was haben wir hier Ein Menschenbild Yay Okay Okay Das scheint ein Turm zu sein Den Besuchen wir mal Irgendwann anders Denk ich Denn ich möchte zuerst Nach Majula reisen Und Ja Ich dachte schon Das wäre Irgend Gegner drin Hier läuft langsam Äh Ich krieg hier langsam Bammel Ja ich habe Eine Scherbe Wann habe ich die Scherbe Angefunden Ja Es ist Flakon verstärken Und So Geht das nochmal Ja Nicht in Besitz Von Es ist Flakon Scherde Schade Wir haben 36.000 Seelen Und brauchen 5.000 Für ein Level Ab 6 Ja Wir haben genügend Für den Schild Sehr schön Das freut mich Gerade sehr So Den Schild Können wir jetzt Verwenden Na wo haben wir Schild 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 So Ah Verdammt Ich will jetzt Nicht über 70% Kommen So Sehr schön Sehr schön So Als nächstes Geht es in Belastung So Als nächstes Packe ich ein paar Level in Belastung Geht es in Belastung rein Aber Zuallererst Geht er runter Möchte ich noch Nicht Halt mal kurz Ja War klar Das ist so ein Explosionsfuzzi Okay Kein Wunder Kein Wunder So Hallo Ja Sehr schön Ich bin Ich bin nur mal gespannt Okay Da ist Irgendwer Ja dahinter War klar Wow Bams War hier nicht eben gerade eine Nachricht Ja Schwäche Enges Gebiet Das ist mir noch nicht aufgefallen Dass hier ein enges Gebiet ist Und dass seine Schwäche sein könnte So Komme ich denn da wieder zurück auf das Dach Ja So Denn Ähm Okay Hier ist das Drei Flammenschmetterlinge Okay So Da komme ich noch nicht hin Wie mir scheint Vorsicht vor Falle Hm Okay Ist mit der Falle jetzt das oder Hier irgendetwas gemeint Vorsicht Vorsicht vor links Okay Wieder hier aber Dickwanz Okay Hallo Ich höre euch doch Ich höre euch doch Wo seid ihr Da Na los Wie schön Auch Sehr schön Sehr schön Der hält hier nichts aus So Okay So Aufpassen Nachricht Lesen Hurra für Rollen Okay Was haben wir dahinter Okay Ähm What the fuck Schließen Da ist jemand Einbetoniert worden Interessant Muss man ja sagen Achso Das Gebiet Okay Ne Da gehen wir jetzt noch nicht hin Oder Doch Aber erst im nächsten Part So Leute Bis nächstes Mal Tschau Dozen Mhm.